Ich bin der Michael, ich kümmere mich bei MaxiMarkt seit fast 18 Jahren um Marketing und Werbung. Für mich heißt MaxiMarkt, dass ich mit super Kolleginnen und Kollegen in einem sehr abwechslungsreichen und spannenden Umfeld arbeiten kann und das macht mir extrem Spaß. Als Leiter der Werbeproduktion in der Marketingabteilung kümmere ich mich mit meinem Team um alles, was Werbung betrifft bei MaxiMarkt. Wir erstellen natürlich in erster Linie unser wöchentliches Flugblatt, kümmern uns aber auch um alles, was Visualisierung an POS und Plakate und so weiter draußen in den Märkten betrifft. Aber was ganz spannend ist, es kommt natürlich immer mehr die digitalen Medien und wir kümmern uns da auch bei uns selbst in der Abteilung um die Inhalte auf der Website und betreuen unseren Dogele Media Kanal. Das ist extrem spannend. Wenn ich MaxiMarkt her, dann denke ich in erster Linie einmal an die tollen lokalen Produkte direkt aus der Umgebung von den Maxi-Märkten. Also das ist meiner Meinung nach in Österreich einzigartig in dieser Form. Dann gibt es bei der Maxi-Packstube das beste Gepäck, was man im Einzelhandel kaufen kann. Also die Bäcker dort mit ihren Teams packen jeden Tag vom Möweck frisches Gepäck und das den ganzen Tag über, das ist echt spitze. Und außerdem haben wir im MaxiMarkt ein riesiges Sortiment für alle unsere Kundinnen und Kunden. Ich arbeite sehr gern bei MaxiMarkt, weil er ein sicherer und fairer Arbeitgeber ist und dadurch, dass ich schon über 18 Jahre jetzt im Unternehmen bin, ist mir MaxiMarkt auch schon ziemlich ans Herz potzen. Für mich macht MaxiMarkt das Arbeitgeber aus, dass er extrem vertrauensvoll mit seinen Mitarbeitern umgeht. Jeder Mitarbeiter kann sich etablieren, kann sich entwickeln, in seinem Bereich aber auch darüber hinaus. Für mich persönlich ist ein sehr abwechslungsreiches und forderndes Arbeitsgebiet extrem wichtig. Jeden Tag neue Herausforderungen annehmen und meistern, ist extrem spannend und das erlebe ich da jeden Tag. Ich würde mich jederzeit wieder für MaxiMarkt als Arbeitgeber entscheiden. In diesem spannenden Umfeld zu arbeiten, macht einfach extrem Spaß. Wir sind bei MaxiMarkt voll agil und können extrem schnell auf die Gegebenheiten und Umstände am Markt reagieren. Außerdem fühle ich mich da besonders froh, was man sieht, weil ich schon so lange da bin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.